Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play The Awesome Adventures of Captain Spirit. Ich habe zwischendurch eine kleine Mittagspause für mich gemacht und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal direkt weiter los. Ich habe vergessen, was wir alles tun wollten. Wie war das mit dem Inventar nochmal? Ich habe bloß noch einen Schlüssel im Inventar. Ah, ich wollte hier die dunkle Tür angucken. Und Farbe haben wir auch gesucht, weil er gesagt hat, wir brauchen für unser Superheldenkostüm irgendwie mehr Farbe. Obwohl ich nicht ganz sicher bin. Hm. Ja doch, wir haben die Verbände auch um die Arme, wir haben es um den Körper. Oder hat er das vielleicht gesagt, weil er nicht wusste, also das Spiel in Anführungsstrichen von der Programmierung her nicht wusste, dass wir das schon im Gesicht haben? Ich bin, ich bin unsicher. Aber jetzt öffnen wir die dunkle Tür. Okay. Wir sind nicht allein, das stimmt. Schauen wir uns nochmal ganz allgemein um. Müssen wir dort hingehen, wo es wabbelt? Okay. Wir haben die Kraft. Ich gehe weiter darauf zu. Schauen wir uns mal kurz eine Runde um, ob irgendwas anderes noch hier ist. Nein. Nur du und ich. Der Wasserfresser. Und wir bändigen ihn, denn wir sind der Avatar. Und wir sind da. Und wir sind da. Und wir sind da. Sehr cool. Wenn du Aufgaben abschließt, erscheint ein Logo. Um sie zu überprüfen, drücke da. Ah, also haben wir wirklich die Aufgabe links oben noch nicht abgeschlossen. Und ich weiß noch nicht ganz... Okay, die ist fertig. Ich weiß noch nicht ganz, was wir machen müssen. Der Weihnachtsschmuck bleibt erst mal da. Dann können wir eigentlich das Licht auch wieder ausmachen, ne? Licht. Gut. Wir können theoretisch noch mal im Zimmer nachschauen. Haben wir im Kühlschrank was, womit ich mich mit Ketchup einreiben kann oder so? Ich habe keine Ahnung. Mayu? Nee. Mit dem Stift anmalen bei der Einkaufsliste geht auch nicht, ne? Was hier? Die Autoschlüssel nehmen. Telefonnummern. Ich lasse ihn, wie schon gesagt, erst mal schlafen. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Wir können den Müll auch gleich nach draußen bringen. Dann können wir dort auch noch was machen. Er hat aber nicht in seinem... Irgendwas hinter dem? Nee. Wir müssen ja auch noch den Code fürs Handy rauskriegen. Damit wir das Spiel spielen können. Das hat er aber nicht in seinem Statistikbuch, ne? Nee, ich dachte, wir können jetzt da irgendwie reingucken oder so. Warte mal, der Code wird doch irgendwas sein. Sieben ist nur seine Nummer. 2005 vielleicht? Ich würde es aber auch nicht sperren auf der anderen Seite, ne? Shit. Hm. Aber steht auf der Seite mit den Tabellen irgendwas? Im Letzten... I can't see Dad selling homes. Oh, those are Dad's Pages. Nee. Nee, nee, nee. Das war der Brief von Oma und Opa. Die Bücher der Mutter. Ich hätte gedacht, dass wenn da was ist, dass es irgendwas... ...mit seinem Basketball zu tun hat. Nee. Was ist auf der Trophäe? Steht da irgendwas drauf? Nee, auch nur 2005. Hm. Oh. I hate seeing him like this. Im Trikot? Können wir auch nichts außer der 7 nachgucken. Hm. Wenn wir das Handy anrufen... Es ist dann automatisch entsperrt. Ich will aber auch den Vater nicht unbedingt wecken. Wartet mal, wir probieren es trotzdem mal. Wenn ich das Telefon benutze... ...kann ich dann... ...Reynolds Papa. Wer ist Reynolds eigentlich? Habe ich jetzt was gekonnt davon? Nee. Na gut. Wer ist denn Reynolds? Ah, da. Komm schon. Hallo, Frau Reynolds? Hallo? Okay. Das war witzig. Also wenn sie kein Problem mit Asthma hat, dann hat sie geschnarcht oder so. Was fehlt uns denn noch an unserem Outfit? Verdammt nochmal. Spiegel. Ich jetzt den Spiegel benutze vielleicht, oder? Wartet mal. Hier. Hm. Trotzdem noch nicht fertig. Macht mich ein bisschen kirre, was hier noch fehlen könnte. Ich will auch nicht glauben, dass das irgendwie ein... Mockitalki, Cave Hotel. Dass das ein Bug ist oder sonst was? Lieblingsbuch. Waffen. Der Bär. Hier. Ich hänge gerade fest. Hier auf dem Tisch. Kann ich ja auch nichts weiter machen. Dorthin ist ja aber auch das Tattoo und Stifte. Aber die kann ich nicht anwählen. Geheime Karte. Tasche. Henry. Hm. Wissen Sie was, Leute? Wir machen erst mal weiter mit den anderen Aufgaben. Denn ich glaube, wir können wirklich alle Aufgaben machen und uns rennt keine davon. Das ist doch schon mal ein Anfang. Also nehmen wir den Müll und schaffen den nach draußen. Denn dann können wir draußen dem Schneemann begegnen. Und wir können schießen üben. Oh. Lass es Müll rausbringen. Alles klar. Dann gehen wir aber trotzdem mal komplett nach draußen. Jetzt ist das Cape doch aber unter der Jacke, oder? Ah, jetzt drüber gezogen. Okay. Mega schön. Okay. Recyclingtonne Skistand aufbauen. Genau das machen wir jetzt. Nothing can escape the deadly aim of the beer, Hunter. Ziele mit R und Würf mit RT. Okay. Huch. Vielleicht ein bisschen höher. So. Ah, nee. Okay. Dann. Nochmal. Ein bisschen nicht so tief. So, vielleicht. Oh. Okay. Wir probieren es nochmal. Okay. Dann ein Stückchen weiter nach rechts. Vielleicht so. Ja. Aber nicht alle. Es fehlen noch welche. Ah. Ah, zu hoch. Wir schaffen das noch. Ein bisschen tiefer. Ey. Mit Sicherheit. Können wir nicht herangehen? Ne, können wir nicht. Okay, so. Sehr gut. Und die letzte kriegen wir auch noch weggedonnert. Stückchen. So. Ey. Sehr gut. Boom. Flam. Recycle that. Okay. Und damit haben wir die nächste Superheldenfähigkeit erworben. Macht das fertig, was dort oben fehlt? Jetzt kann ich Captain Spirits Kostüme erstellen. Vielleicht finde ich, was ich brauche in der Nähe. Ich habe doch Maske und Armdinge. Ah, vielleicht muss ich noch was finden bei der Maske. Hm. Das Schnee sieht super schlappern. Ich kann es schlappen. Na dann. Jetzt haben wir uns aber die Konsole verdient. Okay. Wo ist der Feind? Ist der hier um die Ecke? Können wir nicht hier auch noch irgendwie die räumen? Weil er gesagt hat, die wird nicht mehr benutzt? Hm. Da ist der. Ultrafier zu erkunden. Voll cool. Roseliger Baum. Oh mein Gott. Der Lägedämon ist kreisend. Ah, von der Karte. Wir brauchen auch noch den zweiten Teil der Karte irgendwo. Ich kann hier nicht drauf. Okay. Der Schneebeschwörer. Na dann bauen wir ihn wieder auf. Oh, Schneebeschwörer. Das ist schade. Du warst ein gutes Anime. Schau dich jetzt. Wie solltest du mich trainieren, um einen Mann-Droid so zu kämpfen? Was können wir tun? Gruselig. Gruselig. Und jetzt. Stirr, nachdem ich dich aufgebaut habe. Die Western-Atmosphäre. Mega süß gemacht. Er hat aufgegeben. Muss ich erst wahrscheinlich... Ah, das Team ist fertig. Und mein Team... Warte mal, dort fehlt ja noch jemand im Team drin. Muss ich dann drin nochmal gucken? Ach, mein Nase juckt. Welche Figur... ...nicht da ist. Oh, ne Schaukel. Zwar kaputt. Aber sie ist da. Dad will nicht fix this wind, because it's too dangerous to fix. Ja, genau. Ihr kennt sie nicht. Die ganzen tödlichen Unfälle vom Schaukeln. Kann ich da hoch? Ne, Alphawand. Schade. Aber na gut, war klar. In gewisser Weise. Gucken wir uns mal die Nachbarn an. Na, die haben schon geschmückt. Ein Weihnachtsbaum und sowas da. Rafti? Okay. Wir haben jetzt gar nicht so aufgefallen, dass da überhaupt was steht. Das Wohnzimmer. Das Haus der Reynolds. Okay, dann wissen wir jetzt, wo wir angerufen haben. Wann da gerade was auf dem Boden? Wir machen eine Spur. Ach, wie süß ist das denn? Schrotthaufen. Ich hab ein bisschen so zeitig gedrückt. Aber wir haben es ja trotzdem noch geschafft, uns anzuhören. Was wir dort drin finden werden. Okay. Die Musik dazu. Mega süß gemacht und cool. Können wir nach rechts und links? Nach links gehen, nach rechts verlassen. Wir gehen nach links. Hier noch mal nach links. Kannst du sein, dass wir im Kreis gehen? Ja, ne? Weil es sieht irgendwie immer gleich aus. Ich wäre noch mal ein letztes Mal links. Aber wenn jetzt wieder der Eimer... Guck's besser noch mal auf die Karte. Hab ich denn... Die Karte gucken? Da müssen wir drin anscheinend noch mal schauen, ne? Hier ist auch der Eimer. Ich mach einfach mal rechts, links. Und dann zweimal rechts. Ich glaub nicht, dass das richtig ist. Der Weg sieht also mit Absicht immer gleich aus. Aber ich geh mal nicht davon aus, dass wir gerade richtig sind. Und deswegen schauen wir dann mal... Wenn er sagt, wir sollen auf die Map gucken, dann ist sie ja irgendwo verzeichnet, das Labyrinth hier. Ja, dann verlassen wir das Ganze hier gleich mal. Und gucken wir uns das später noch mal an. Boah, ich hoffe, ich vergesse das nicht, ne? Ja, hier gibt's aber erstmal nichts. Okay. So eine Straße oder sowas, das ist... Bretten und Nagel. Wer es sagt? Hm. Beaver Creek ist also der Ort, wo wir hier gerade sind. 114, Briefkasten, haben wir Post? Uh, ne Karte. No way. Spaß für die ganze Familie. Kommt und spielt mit euren Waffen. Clean Harry's Schießanlage. Angebote und Show zu den Feiertagen. 20. bis 21. Dezember. Ganzen Samstag und Sonntag. Okay. Dann haben wir ja eigentlich nur noch die Garage vor uns und hinten das Baumhaus, nenne ich es jetzt mal. Oh, wir könnten hier in den Wagen rein, ne? Spirit-Symbogil. Ist das auf der anderen Seite? Ich glaube, ich hole dann auch mal den Schlüssel. Loch. Hm. Looks like we had a visitor. Oh, haben wir da vielleicht jetzt einen Biber drin? Das wäre ja mega geil. Okay, wir haben zwar den Schlüssel hierfür, aber liebe Leute, wisst ihr was, wir machen an der Stelle eine kleine Aufnahmepause. Ich gehe in der nächsten Folge rein, wir holen uns den Schlüssel fürs Auto, gucken, ob auf der Map irgendwas drinsteht, wie wir dann durch den Schrotthaufen kommen. und ich würde sagen, dann erledigen wir ein paar weitere Schatzkiste. Das, die können wir auch noch was machen, ne? Er ist hier irgendwo vergramm. Teil der Karte zusammenfügen, genau. Und wir müssen auch irgendwie noch den Code rauskriegen. Und unsere Teile für das Superheldenkostüm. Und wir wollen uns auch noch auf das Bild gucken, wer hier fehlt. So viel zu tun, liebe Leute. Wir schauen uns das an in der nächsten Episode von Let's Play The Awesome Adventures of Captain Spirit. Bis dann. Tschüss